Wir delegieren die Verantwortung gerne ab. Dabei gibt es nur eine Person, die dich wütend machen kann, die dich kränken kann, die dich verletzen kann, die dich glücklich oder unglücklich machen kann. Es gibt nur eine Person, die dich zufrieden oder unzufrieden machen kann. Und das ist die Person, die du heute Morgen gewaschen hast. Der ruhmreichste Redner aller Zeiten? Ich löse auf, es ist nicht Tony Robbins, es ist Cicero. Cicero ist der wahrscheinlich ruhmreichste Redner aller Zeiten und der hat Ansprüche an die Rede gestellt. Neben Logos und Pathos war das Ethos. Das ist die Rednerpersönlichkeit. Der Redner muss irgendwie vertrauenswürdig sein, er muss als Persönlichkeit überzeugen können. Und ich möchte heute so ein bisschen über Ethos nachdenken und was dazu vielleicht hilfreich sein könnte. Und die erste Überlegung bezieht sich auf Humor. Ich liebe Humor. Wenn Rednerinnen humorvoll sind, da stehe ich total drauf. Allerdings möchte ich auch ein bisschen bremsen, das muss nicht unbedingt sein. Humor ist eine tolle Sache. Wenn wir über Dinge lachen können, dann haben wir sie verstanden. Und ich war in Amerika, da habe ich einen wunderbaren Satz aufgeschnappt von einem Kollegen, der sagt, wenn wir den Humor in den Dingen erkennen, dann überleben wir sie. Humor hat eine unvorstellbare Kraft. Aber ich möchte auch ein bisschen Druck nehmen. Denn Humor ist weder eine notwendige Bedingung noch eine hinreichende Bedingung für eine gute Rede. Und ich möchte euch da unbedingt Druck nehmen, weil in vielen Rhetorik-für-Einsteiger-Büchern steht das inzwischen drin, eine Rede müsste auch ein bisschen lustig sein. Das ist nicht richtig. Eine gute Rede muss unterhaltsam sein. Aber nicht lustig, das ist ein großer Unterschied. Schreib mal deine fünf liebsten Filme auf. Die Filme, die dich am meisten beeindruckt haben. Und schau mal, wie viele davon sind lustig oder humorvoll. Ich behaupte, die wenigsten sind es. Aber sie sind alle sehr unterhaltsam. Und ich möchte euch den Druck nehmen, denn Humor ist ja auch so eine zweischneidige Sache. Ich erzähle euch mal meinen Lieblingswitz, da könnt ihr das ganz gut nachvollziehen. Julia fragt Romeo, was machen wir heute Abend? Sagt Romeo, ich richte mich nach dir. Das ist ein Brüller. Aber ihr kennt es hier schon, ein Drittel findet es lustig. Ein Drittel findet es überhaupt nicht lustig. Und ein Drittel hat es einfach nicht verstanden. Und das ist das Problem bei Humor. Humor ist eine zweischneidige Sache. Kann, muss aber nicht. Zweite Zutat für einen guten Redner ist das Freundlichkeit. Wir nehmen freundlichen Rednern viel mehr ab als unfreundlichen Rednerinnen. Freundlichkeit ist etwas, was ich wahnsinnig wichtig erachte. Denn Freundlichkeit öffnet uns. Freundlichkeit bringt uns näher. Es gibt einen wunderbaren Versuch von Ellen Lengers, eine amerikanische Psychologin. Die hat Folgendes gemacht. Die hat Telefonzellen präpariert. Wie erkläre ich das jetzt den Jüngeren? Das sind so begehbare Handys, kann man sagen. Und die haben eine Münze in diesen Rückgabeschlitz gelegt. Und das ist eine Naturkonstante. Wenn Menschen vor diesen Automaten stehen, die greifen da rein. Also man war sich sicher, wenn wir da eine Münze reinlegen, die Menschen finden diese Münze. Und dann hat man das mal gemacht und mal nicht. Das war randomisiert. Und wenn die dann aus dieser Telefonzelle rausgekommen sind, ist da zufällig jemand vorbeigelaufen mit einem Stapel Bücher. Und der ist gestolpert. Dann sind die Bücher runtergefallen. Und Frau Lenger hat sich eine Frage gestellt. Wie hilfsbereit sind die Menschen, die aus dieser Telefonzelle kommen? Und das Ergebnis ist irre. Denn diejenigen, die diese kleine Freude erlebt haben, sind viel hilfsbereiter als die anderen. Du weißt also auch gar nicht, was du mit Freundlichkeit in die Welt bringst. Was daraus entstehen kann. Und auch was da zurückkommt. Seit ich das weiß übrigens, mache ich immer Folgendes. Wir fahren einmal im Jahr nach Italien mit der ganzen Familie. Und dann fahren wir über den Brenner. Und der kostet inzwischen 10 Euro. Und ich zahle immer 20 Euro, seit ich diesen Versuch kenne von Frau Lenger. Für mich und für den, der jetzt kommt. Und jetzt stell dir das kurz vor. Du fährst an dieses Mauthäuschen. Du willst deine 10 Euro bezahlen. Und der Typ da drin sagt, nee, nee, für sie wurde schon bezahlt. Gute Fahrt. Ja, da schwebst du nach Italien. Oder nicht? Und ich habe zwei Kinder hinten sitzen, 11 und 14. Leo und Johann, die sind auch heute hier. Und die sind total begeistert. Die sind eine Stunde richtig gut drauf, weil die fragen sich. Sehen wir da nochmal. Winkt der uns? Blinkt der uns? Die sind eine Stunde gut drauf. Eine Stunde gut gelaunte Kinder für 10 Euro. Und dann möchte ich ganz gerne mit euch sprechen über Gefühle. Weil ich halte das für wahnsinnig wichtig. Denn wenn Gespräche scheitern, wenn Reden scheitern, dann meistens doch an Emotionen. Deswegen möchte ich da ganz gerne ein bisschen eintauchen und mit euch über Gefühle sprechen. Und ich möchte schon mal mit einer ganz fixen Idee aufräumen. Nämlich mit der ganz fixen Idee, dass andere Menschen bei euch Gefühle auslösen oder machen könnten. Egal wie viele Korsen wir gelesen haben. Wir glauben das irgendwo wirklich. Denn Sprache verrät ja, wie wir denken. Und wie oft sagen wir Sätze wie, der macht mich wahnsinnig. Die bringt mich zur Weißglut mit ihrer Fragerei. Machen sie mich nicht wütend. Das ärgert mich. Merkt ihr was? Wir delegieren die Verantwortung gerne ab. Dabei gibt es nur eine Person, die dich wütend machen kann, die dich kränken kann, die dich verletzen kann, die dich glücklich oder unglücklich machen kann. Es gibt nur eine Person, die dich zufrieden oder unzufrieden machen kann. Und das ist die Person, die du heute Morgen gewaschen hast. Und ich fahre jetzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Die saßen und dachten, wie meint der denn jetzt? Nur du. Nur du kannst Gefühle bei dir machen oder auslösen. Und ich möchte das unterstützen mit einer Geschichte, die ich vor vielen Jahren bei Stephen Covey gefunden habe in einem Buch. Das heißt Die sieben Wege zur Effektivität. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und Stephen Covey erzählt das so, dass ihr das viel besser verstehen könnt, als wenn ich das hier so umständlich erkläre. Die Geschichte handelt von einem Mann, der sitzt morgens um sieben Uhr in der U-Bahn, guckt Gedanken verloren aus dem Fenster, wie man eben morgens um sieben Uhr aus dem Fenster guckt, wenn man in der U-Bahn sitzt. Der schläft noch. Der träumt so vor sich hin mit offenen Augen. Erster Halt Uni-Bibliothek. Es steigen Leute ein, es steigen Leute aus. Zweiter Halt Uni-Kliniken. Es steigen Leute ein, es steigen Leute aus. Und plötzlich sitzt ihm gegenüber ein Mann. Und dieser Mann ist Vater von drei Kindern. Vier, fünf und sieben Jahre alt. Und der hat die alle mit dabei. Und es ist furchtbar laut. Diese Kinder sind schrill und es tut in den Ohren weh. Und es darf man wirklich so sagen, diese Kinder sind völlig verhaltensgestört. Kinder, die man sonst nur auf RTL 2 zu sehen bekommt. Und die man völlig zu Unrecht jemals von der stillen Treppe runtergelassen hat. Furchtbare Kinder. Die werfen Begriffe um sich, die sind ja unangenehm. Die randalieren in der U-Bahn. Niemand mischt sich ein. Die belästigen andere Mitfahrer. Und dann fängt einer an, ihn gegen das Schienbein zu treten. So richtig fest ist. Tut ihm weh und die Anzugshose wird schmutzig. Und jetzt wird ihm das zu bunt. Wir warten ja immer ziemlich lange. Aber jetzt ist er in der Emotion. Jetzt geht er den Vater an. Und sagt, sagen Sie, geht's noch. Denken Sie nicht, dass Sie da endlich mal was tun müssten. Und der Vater guckt ihn an. Guckt aber auch gleichzeitig so merkwürdig durch ihn durch. Ist auch ein ganz komischer Typ. Und sagt dann, wahrscheinlich haben Sie recht. Und ich müsste da was tun. Nur wissen Sie, meine Frau und die Mutter der Dreien ist vor einer Stunde in der Uniklinik gestorben. Und ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Und die Kinder auch nicht. Glaubt hier irgendjemand, dass der sich jetzt noch ärgert? Ist eine ernst gemeinte Frage. Vermutlich nicht. Und das ist doch interessant, denn die Situation hat sich überhaupt nicht verändert. Die Situation ist genauso wie vor 30 Sekunden. Die Kinder sind genauso laut, exakt so schrill. Die machen immer noch den gleichen Mist. Und einer tritt ihnen vielleicht immer noch gegen das Schienbein. Die Situation hat sich nicht verändert. Und jetzt kommst du und willst mir erzählen, es ist die Situation, die dich aufregt. Es ist nie die Situation, die uns aufregt. Es ist das, was wir darüber denken. Und es gibt einen Teil in der Emotionspsychologie, und darüber möchte ich heute auch sprechen, diese kognitive Bewertungstheorie, die sagt, es gibt keine Emotionen ohne Kognition. Irgendwas muss dich denken, um diese Emotionen zu bekommen. Nur das ist oft nicht bewusst. Und ich bin heute hier, um euch das ein bisschen bewusst zu machen, und ich werde euch ja noch erklären, warum. Zwei Gefühle möchte ich gerne besprechen, die uns oft im Weg stehen. Wut und Angst. Fangen wir an mit der Wut. Wie entsteht Wut? Wut entsteht immer dann, wenn wir etwas sehr Spezielles denken. Und nochmal, es ist nicht die Situation, es ist das Denken. Epictet hat das so schön gesagt. Nicht die Dinge ängstigen uns. Die Gedanken über die Dinge ängstigen uns. Ist ja ein Unterschied. Wenn Putin einen Atomschlag als Option in den Raum stellt, gibt es Menschen, die bekommen Angst. Und es gibt Menschen, die lässt das völlig kalt. Also ist es nicht die Drohung, einverstanden? Sondern es ist das Denken über die Drohung. Also nochmal zurück zur Wut. Was muss ich denken, um wütend zu werden? Ich muss denken, da schadet mir jemand. Da macht mir jemand einen Strich durch die Rechnung. Da hält mich jemand vom Erreichen eines Ziels ab. Das muss ich denken. Das reicht aber noch nicht. Denn angenommen, ich komme jetzt hier runter und stupse ich die ganze Zeit an. Du bist ein netter Mensch, das sieht man schon. Aber auch du wirst irgendwann wütend, wenn ich damit nicht aufhöre. Ja, aber jetzt stell dir vor, du weißt, dass ich krank bin. Ich habe Nervenleiden. Tourette gibt es auch körperlich. Ja, das, was Stefan Friedrich sprachlich hat, habe ich körpersprachlich. Und man weiß es nicht. Ja, und ich kriege das nicht mal mit. Dass ich das mache, weil es ein Symptom meiner Krankheit ist. Dann findest du es immer noch unangenehm. Darüber brauchen wir nicht streiten. Aber eins kannst du nicht mehr werden. Wütend. Weil die zweite Bewertungskategorie für Wut fehlt. Und das ist neben Schaden immer Absicht. Wir werden nur wütend, wenn wir denken, da schadet mir jemand. Und das ist vorwerfbar. Wenn es nicht vorwerfbar ist, ist es immer noch blöd und immer noch unangenehm. Aber wir werden nicht wütend werden. Einverstanden? Das ist nur unbewusst. Das ist das Problem. Und das siehst du jetzt bei der Angst. Wie unbewusst das bei der Angst läuft. Wisst ihr, was wir denken müssen, um Angst zu bekommen? Und das ist für Rednerinnen und Redner ja oft ein Thema. Wir müssen denken, wir seien existenziell bedroht. Bedrohung allein macht unsicher. Eine existenzielle Bedrohung macht Angst. Und jetzt siehst du, wie unbewusst das ist, wenn ich dir verrate, was die fünfträufigste Angst ist. Es gibt ja diese Statista-Aufstellung, die häufigsten Ängste. Wisst ihr, was die fünfträufigste Angst in Deutschland ist? Kein Scherz, die Angst vor Spinnen und Kriechtieren. Kein Scherz. Frauen geben uns schon mal zu, dass sie Angst vor Spinnen haben. Männer natürlich nicht. Aber als Insider kann ich sagen, Männer finden Spinnen auch nicht toll. Es gibt keinen Mann, der Spinnen toll findet. Also es gibt ein paar, aber die sind komisch. Definitiv. Ja, wirklich. Und jetzt wirst du sagen, naja, aber jetzt nehmen wir doch mal so einen Weberknecht, den kann ich ja durch den Raum pusten. Wie soll ich mich da existenziell bedroht denken? Das ist doch Quatsch. Bewusst wäre das Quatsch. Unbewusst ist das kein Quatsch. Das ist ein Geschenk der Evolution. Früher waren Spinnen giftig, wie übrigens in einigen Ländern dieser Welt immer noch. Und du konntest sterben, wenn du von einer Spinne gebissen wurdest. Und deswegen war die Spinne eine existenzielle Bedrohung. Und so hat sich das durchgesetzt. Denn wenn du sie gemieden hast, die Bedrohung, dann hast du überlebt. Sanob. Mal Evolutionstheorie erklärt. Es war ein Selektionsvorteil. Aber es ist unbewusst. Jetzt wisst ihr, wo Gefühle herkommen. Also wo Wut herkommt, Schaden und Absicht. Wo Angst herkommt, existenzielle Bedrohung. Jetzt sage ich euch, wo die hinwollen. In dem Wort Emotion steckt das Wort Motion ja schon drin. Also eine Emotion möchte dich in Motion, in Handlung, in Bewegung bringen. Wut sagt, pass mal auf, das schadet dir jemand. Das ist vorwerfbar. Das ist die Botschaft von Wut. Wut wehre dich. Und spätestens jetzt wirst du verstehen, warum ich mich sehr schwer tue mit der Unterscheidung gute und schlechte Gefühle. Denn was ist Wut jetzt? Gut oder schlecht? Was ist Wut? Gut oder schlecht? Grundgut ist Wut. Natürlich. Wut ist das einzige Gefühl auf der Welt, das sich für Gerechtigkeit, Fairness und Gleichberechtigung einsetzt. Was bringt die jungen Frauen in Teheran auf die Straße? Es ist nicht die Freude. Es ist die Wut. Was bringt die Frauen in Deutschland auf die Straße für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit? Es ist die Wut. Wut ist ein grundgutes Gefühl, wenn sie, Achtung, auf einer realistischen Annahme beruht. Wenn nicht, dann ist sie einfach nur gefährlich. Das ist eine wichtige Differenzierung. Wut sagt also, wehre dich. Angst sagt, rette dich. Nehme noch mal die Spinne. Du hast Angst vor einer Spinne, kannst auf zwei Wegen reagieren. Evolutionär vorgesehen sogar drei. Aber die Duldungsstarre ist relativ selten geworden beim Weberknecht. Bleibt noch zweitens die Flucht. Kannst den Raum verlassen. Ja klar, dann ist die Bedrohung nicht mehr unmittelbar und die Angst lässt nach. Ich hatte das vor ein paar Jahren bei mir in einem offenen Training. Kriegte ein Seminarteilnehmer schon am ersten Seminartag ein Bild von seiner Frau aufs Handy geschickt. Per WhatsApp. Kein Scherz, er hat mir das gezeigt. Mit folgendem Text. Er hat eine Spinne fotografiert und mit folgendem Text versehen. Ich habe die Waschküche abgeschlossen. Abgeschlossen. Wo Spinnen machen die Türen auf, da kennen die nichts. Das ist bekannt. Kümmer dich drum, wenn du wieder zu Hause bist. Das war die Mutter. Dritte Möglichkeit. Du haust einmal feste drauf. Das ist der Angriff. Dann ist die Bedrohung auch beseitigt. Deswegen, und das sage ich sehr bewusst, achte mal drauf, wir begegnen oft Menschen, die erscheinen aggressiv, arrogant oder wütend, in Wahrheit haben die Angst und sind unsicher. So, und jetzt wisst ihr, wo Gefühle herkommen und ihr wisst, wo Gefühle mit euch hinwollen. Und ich möchte, dass du in Zukunft einmal nachdenkst und überlegst jetzt, da du das weißt. Hinterfrag das doch mal. Das nächste Mal, wenn du wütend bist auf jemanden, auf etwas oder eine ganze Bevölkerungsgruppe, frag dich mal. Schaden die mir und ist das vorwerfbar? Die Antwort könnte interessant sein. Und das nächste Mal, wenn du Angst hast vor jemandem oder etwas, frag dich mal, bin ich hier wirklich, wirklich existenziell bedroht? Und auch hier könnte die Antwort interessant sein. Und dann sind wir bei dem großen Thema Nervosität, was ja nichts anderes ist als Angst. Und das ist eine Arbeit, die ich seit 23 Jahren machen darf. Zu mir kommen Menschen, die nervös sind und die Redeangst haben. Es gibt viele sehr, sehr gute Tipps, wie man damit umgehen kann. Ich möchte, dass du vielleicht einen kleinen Paradigmenwechsel startest, was Nervosität angeht. Drei Punkte zur Nervosität. Erstens, Nervosität ist immer Teil des Spiels. Wenn dir etwas bedeutsam ist, wirst du nervös sein. Denn das Gegenteil von Nervosität ist nicht Souveränität, wie viele denken. Das Gegenteil von Nervosität ist Indifferenz. Wenn es dir komplett egal ist, dann bist du nicht mehr nervös. Aber das kann nicht Ziel der Übung sein. Der zweite Punkt, Nervosität macht dich präsent. Du kannst nicht nervös sein und in Gedanken woanders. Das wird nie passieren. Wenn du nervös bist, bist du hier und jetzt und wisst ihr, was Menschen mögen? Präsenz. Und wisst ihr, was Menschen auf den Keks geht? Perfektion. Wir wollen Präsenz, nicht Perfektion. Und deswegen möchte ich drittens, dass du entspannter mit Fehlern umgehst. Wir dürfen Fehler machen. Wir sollten Fehler machen. Auch ich verspreche mich hier und bringe Sätze nicht ganz zu Ende. Aber es ist mir egal. Und wenn du hier rausgehst, kannst du dich nicht an einen einzigen Fehler erinnern. Und falls doch, bist du komisch. Ja, und du hast... Ja, ist doch so. Mal ehrlich. Entspannt euch. Das ist nämlich der Punkt. Adorno hat es so schön auf den Punkt gebracht. Geliebt bist du einzig da, wo du schwach dich zeigst. Geliebt bist du einzig da, wo du schwach dich zeigst. Und das mögen wir. Und wir verbinden uns mit Menschen. Wir verbinden uns nicht mit Perfektion. Das trennt eher. Und deswegen geht entspannt damit um. Und alle da draußen, die ständig, sind nicht viele, aber meinen, andere kritisieren zu müssen, beruhigt euch. Es ist ja schön, wenn ihr die Sprache beherrscht, aber bindest anderen doch nicht ans Bein. Es ist schön, wenn du Tischmanieren beherrschst, aber bindest doch anderen nicht ans Bein. Ja, ich hatte jetzt wieder so einen Post und dann poste ich, das macht keinen Sinn. Und dann gibt es vier Leute, ja, die gerne Lehrer geworden wären, aber es hat wohl nicht gereicht. Und mir dann in die Kommentare schreiben, dass man Sinn nicht machen könnte, das sei ein Anglizismus. Leute, wir sagen, ich realisiere. Wir sagen, das ist nicht mein Ding. Wir sagen, ich bin fein damit. Wir sagen, tatsächlich am Satzanfang. Wir sagen so viele Anglizismen, ohne dass wir es merken, weil sich Sprache verändert. Und deswegen, ich finde es toll, wenn du das alles weißt, aber hör auf, es ins Internet zu kotzen. Letzter Gedanke, weil das unmittelbar damit zusammenhängt. Warum gibt es so viel mehr Redner als Rednerinnen? Nicht hier, man achtet hier sehr gut darauf und das finde ich mega, aber draußen schon, ganz ehrlich. Auf einer Rednerin gibt es zehn Redner, übrigens in anderen Berufen auch. Auf einem Comedian gibt es, weibliche Comedian gibt es zehn, zwanzig männliche. Also warum ist das so? Ganz einfach, weil Männer besser reden können. Merkt ihr selber, stimmt nicht. Merkt ihr selber, natürlich. Ist ja Quatsch, aber Männer haben ein besseres Sprachgefühl. Auch Quatsch, aber Männer haben meistens mehr Wortschatz. Ihr merkt, da stimmt was nicht. Das kann es nicht sein. Also wenn wir die Kategorien besetzen müssen, dann eher weiblich. Nein, es ist wahrscheinlich die Angst. Männer haben einfach ein bisschen mehr Scheiterbereitschaft und das würde ich allen wünschen, dass wir einfach ein bisschen entspannter mit Fehlern umgehen. Das ist der einzige Grund und sonst gibt es keinen. Und deswegen ist der Schlüssel zu einer guten Rede die Freude und das wünsche ich euch, damit man hört, was ihr zu sagen habt. Habt Spaß, habt Freude, macht euch nicht bekloppt, denn das Wort stirbt, wenn wir es nicht miteinander teilen. Kommt gut an. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr.